Hallo meine liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Wir sind jetzt hier am Po der Welt, kann man ja schon beinahe sagen und reden jetzt mal mit, wie heißt der Typ normal, mit Jonas Alazar. Das ist ja jetzt hier die Quest, die Haupthandlung hier. Mit dem Radio jetzt mal ein bisschen. Er sagt auguscheregischen Kerzen im Dunkel. Naja, gut. Wie wahrhaftig die Seelenwächter auch gewesen sein mögen, nun sind sie nur noch Lügen. Hörst du mir noch zu, Geist? Warum die Mühe? Meine Worte sind wertlos wie eine Angel ohne Köder. Niemand hört einem irren Wanderer zu, aber die Verderbnis kam, kommt und wird kommen. Dieses Mal gibt es keine Seelenwächter. Das wissen die Fische nicht, also weiß ich es auch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen und du auch nicht. Außer du magst Geschichten von Leitung, zwecklosen Ansinnen. Ja, ich erkenne diesen Gesichtsausdruck, der nach verlorenen Ansinnen giert. So etwas gibt es hier nicht. Nirgendwo. Überall. Die Welt ist voller Lektionen für Narren, die danach suchen. Die Seelenwächter waren auch so. Versuche es halt beim Turm von Arctur. Ich meine mich zu erinnern, dass ich dort auch mal ein Vorhaben begraben musste. Okay. So, dann wollen wir jetzt erstmal gucken, was... Hat er denn hier so feines? Retterhut des... Retterhut des Ritters. Ich wollte sagen, Retterhut des Ritters? Nein, Retterhut des Ritters. Okay. Äh, warte mal, warte mal. Der Retterhut des Ritters. 292, 255. Stärke. Konstitution. Nehmen wir mal. So, das Ding ja jetzt kann zerlegt werden. Okay. Wunderbar. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ähm... Tage dich für diese Invasion an einer Kriegsübersicht in der Stadt an... Ähm... Ja, leider. Und dann sollen sie doch Invasion machen, so wie sie wollen. Ich habe jetzt hier Besseres zu tun. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich nun mal hin? Aha. Hier ist eins. Ein aussichtslos Unterfangen. Reise zum Aktuerturm, um Aufzeichnungen über die Seelandwächter zu suchen. Waren die echt, äh... Oder hatte Jonas irgendwas mit ihnen zu tun? Besuche den uralten Aktuerturm, um mehr über die Seelandwächter zu erfahren. Okay, da muss ich auch noch mal da oben hin, auch noch mal. So, jetzt machen wir aber gleich erstmal... ...ne Schnellreise. Äh, warte mal, ich habe doch jetzt hier drei Punkte. So... Bop, bop, baa... Was machen wir denn jetzt mal hier? Ja, da ich ja jetzt Schwert habe im Moment... ... war ja leider dusselig und hab das Beil... ...verlegt. So, warte mal, kann man hier nochmal kurz was ableaken oder so? Was brauchbares? Nee, Moment hier nicht. Nichts in unmittelbarer Nähe zumindest. So, wir wollen ja jetzt mal... ...da oben hin. Das Geräusch beim Schnellreise, das hört sich so ein bisschen an wie... ...aus der Serie der... ...hier, aus der Star Trek Serie mit Captain Kirk und Mr. Spock, wenn sie... ...den Warpantrieb da angeschmissen haben. Und dann da irgendwie... ... ihn überlastet haben oder sowas. So ähnlich finde ich, hört sich das an. Ja, ich weiß, ich bin alt. Ach Gott, bin ich alt. So, kann ich den fällen? Wow, 100. Holzfüllerei 100. Warte mal, welchen? Äh, warte mal. Äh, warte mal. Äh. Äh. Ne, Quatsch. Äh, Charakteroption. Wo war das denn jetzt nochmal? Ach hier. Holzfüllerei 17. Na, bin ich noch weit von der Fälle. Ach, kacke. ach kacke wo ist er jetzt hin ach hier liegt er mitten den kann man kaum erkennen was sind das für die dinge erd splitter erfordert bergbau berg und ich dachte immer so eine pflanze bergbau oder ja scheiße frischholz mit so warte mal gibt es jetzt irgendwie ein ja ok straße entlang oder der driver geradeaus hier im turm vorbei den hat so much aber dein komischer flickpark hat dich jetzt auch nicht gerettet so wollen wir mal weiter wo wir haben wir denn hier der marsch ich lese das jetzt nicht alles vor da habe ich keinen Bock mehr drauf Leute ganz ehrlich wenn ihr das lesen wollt dann müsst ihr das Video mal auf was anhalten aber das ist mir jetzt auch was zu blöde das ist immer bei solchen Spielen da gibt es immer so viel zu lesen so gibt es ja irgendwie cooles Loot oder so 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 warte mal kommt man auch von der seite hier irgendwie ja wenn ich glück habe hier irgendwie hoch ja hier sprich ich habe ja ich brauche nicht wieder ein beil das mit dem reinspringen da ein meter daneben zielt nur ein meter daneben nur so ein stück zu daneben trifft man nicht mehr ich brauche unbedingt wieder ein beil ich brauche unbedingt wieder ein beil oder ich habe zu schwere richtung oder so ja jetzt habe ich einmal ja was ist das ja ja erledigt das kann ich auch noch nicht das kann ich noch gar nicht das war eine seite so durchsuche das warte mal ganz kurz grundschild der barbaren ja so mit ausüben ändern nicht möglich ja also das läuft beide nicht ne ja aber warte mal der macht 186 schaden und der 223 probieren wir den einfach mal obwohl so langsame waffen mag ich eigentlich nicht ja ja nein 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 oh Danke, wir werden ihn abenden. Okay. so ich gehe mal ganz stark davon aus dass ich jetzt irgendwie nach oben muss also folgen das f3 jetzt hier im turm fischen nachher komme ich aber nicht aber so aber wo soll ich denn jetzt mal suchen das seelenwächter wo sie überhaupt irgendetwas durch suchen kann wie jetzt bin jetzt auf der anderen seite wirklich jetzt ja ich habe leider auch vergessen wir jetzt mal ein lagerkurs vom turm dazu erschaffen damit ich dann falls ich darauf geht dann da wieder respawn hat jetzt leider auch vergessen aber jetzt muss ich erst mal zwischen die energie tanken ich weiß ja nicht was da jetzt auf mich wartet so jetzt lassen wir hier ein bisschen lebensenergie wieder pumpen bevor ich jetzt weiter die trappe hier hoch gehe ich habe jetzt leider keine heiltränke mehr die siege gefallen das seelenwächter na super so nach einem hinweis auf die verbindung des einsiedler zu den seelenwächter ich meine das ist stufelst du bist sicher 16 naja super ist es Oh, geil, hier sind noch mehr. Oh, ja, supi. Na, super. Okay, gut. Jetzt habe ich es nur noch mit dem Eiercopter zu tun. Ja, gut. Ach, ihr könnt sogar mehrere gleichzeitig ran können. Wenn ich hier kämpfe, macht er hier schon mal. Warte mal. Sogar eine Hinweis auf die Verbindung. Ach so, das war wohl er hier, der die. Letzter Eintrag. Äh, eine brückelige Seite aus dem Tagebuch. Damit möchten wir jetzt hinter Ende dem Tagebuch von Wächter. Blablabla. Erinnert sein. Blablabla. Sammler, äh, am Ort. Ah ja, wir müssen wieder zurückgehen. Ah ja, wir müssen wieder zurückgehen. So. Ne, das hatten wir schon. Alles klar, sammeln wir die in der Nummer. Okay, jetzt soll ich wieder zurück zu Jonas. Gut. Aber erstmal will ich nochmal ein paar Proben hier sammeln. Alles klar. Aber erstmal zusehen, dass wir hier wieder wegkommen. Ähm. Oh, scheiße. Äh. Scheiße, wo war jetzt hier die Treppe nach unten? Ach du grüne Neune, wo war jetzt hier die Treppe nach unten? Scheiße. Ja, jetzt. Ach, da. Ja. Hopsalah und nur weg von mir. Nur weg. Ah, ist nach hier nur weglaufen. ja die hatte vergessen hier ein zeltlager zu machen dann soll verfolgen die mich jetzt noch ok jetzt kann ich mal ganz kurz hier mal land zeltlager aufbauen so jetzt suchen wir uns erstmal aus denn zwei ist ja auch ok 2 ist doch ein bisschen weiter weg als ich gedacht habe doch doch aber ich kenne es hier leider keine schnellreise hin machen so was ist das jetzt hier eigentlich da war ich noch gar nicht so ich bin jetzt hier die partie bedanken fürs zuschauen als gefördert durch den abgrund sagt dass ich soll wieder dabei bei